Ich kann... Wartet fünf Minuten. Roger. Die Marines lassen jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap Mechanisch. Holen wir uns diese Bastarde LT. Das wird klasse. Ach du Scheißler. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im... Razer-1, Bravo-Einheiten abgeführt. Auf zur Sekundär-Eintest. Achtung, Razer-1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss! Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Oh, fuck! Razer-1 ist ab! Wir schütten ab! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost! Wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Wir brauchen dich hier. Dann los! Zum Gebäude vorrücken. Zumüyorst du? Kitton! Wise! Das ist ein Wachstum! Er wurde los geholfen! Sie müssen ihn abnehmen. Ich bin erinnert! Ich bin erinnert! Das war's für heute. Erdgeschoss gesichert. Keine Spur von Hassan. Verstanden. Erster Stock gesichert. Roger. Hassan, Hilfe! Kontakt! Gebäude 2! Die wissen, dass wir hier sind. Erster Stock gesichert. Wir fahren declaration. Ruf weg! Erster Stock gesichert. Das war's. An alle Bravos! Zu Gebäude 2 vorrücken! Bravo! Raketenfeuer und Abflugstelle aus Gebäude 2, erster Start! Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten! Zertschuld, zweites Gebäude jetzt! So, 1-2 los! 7-1 formieren! 7-1 geht rein! Sie sind hier oben! 7-1 rückt vor in den ersten Stock! Sie sind hier oben! Ach, hier! Hey, den Konrad hab ich mir mit holen! Ich bin getroffen! Ach, Mist! Dann ist einer in Flucht! Ach, Mist! Los. Feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar. Gut gemacht. Los. Das war's. Keine Spur von Hassan. Roger. Auf zur Absturzstelle.